Da muss man sich einfach fragen, warum viele die Burga oder Niqab als Symbol der Unterdrückung der Frau sehen. Es liegt vor allem daran, dass die Medien und auch die Politiker das immer und immer wieder wiederholen, dass Frauen, die ihr Gesicht bedecken, dazu gezwungen werden und unterdrückt sind, weil keine Frau das freiwillig tun würde. Aber wie viele von diesen Politikern oder Medien haben jemals wirklich mit den Frauen gesprochen und sie gefragt, ob sie es freiwillig tun oder nicht? Wahrscheinlich gar keine. Und genauso ist es wahrscheinlich auch mit den Menschen, die dies behaupten. Die haben doch nie mit einer Frau gesprochen und sie gefragt, wie das ist. Das sind alles Gedanken, die kommen den Menschen in den Kopf, weil sie das immer und immer wieder in den Medien hören. Muslimische Frauen tragen ja ganz unterschiedlich. Ob sie nun jetzt ihr Gesicht bedecken oder nur Kopftuch tragen oder sich überhaupt nicht verschleien, hat einfach teilweise damit zu tun, ob sie überhaupt das Wissen darüber haben, was für Kleidung verpflichtend ist im Islam für Frauen. Es hat damit zu tun, ob sie schon so stark im Glauben sind, ob sie bereit sind, einen Schritt weiter zu gehen. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich zum Beispiel, weil ich mein Gesicht bedecke, ich besser bin als eine Frau, die ihr Gesicht nicht bedeckt oder besser bin als eine Frau, die nicht mal Kopftuch trägt. Ich bin damals in eine neue Stadt gezogen und in ein Stadtteil, wo halt sehr viele Muslime lebten und ich hatte bis dahin überhaupt keine Ahnung vom Islam und habe dann einfach angefangen, mich Stück für Stück mit dem Islam zu beschäftigen, habe auch mit Muslimen geredet über die Religion, weil im Grunde wollte ich eigentlich ihnen ausreden, dass der Islam die Wahrheit ist. Aber im Endeffekt, durch halt die vielen Gespräche und das viele Lesen, bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass der Islam die Wahrheit ist und habe mich auch nicht entschlossen zu konvertieren, sondern es war für mich eine Selbstverständlichkeit oder Notwendigkeit zu konvertieren, weil wenn man denkt, dass etwas die Wahrheit ist, dann folgt man dem. Man folgt ja nicht dem, wovon man denkt, dass es falsch ist. Also es war für mich selbstverständlich, dass ich den Islam angenommen habe. Erst vier Jahre später habe ich mich intensiv mit dem Thema Bekleidung beschäftigt und habe die verschiedenen Meinungen gelesen, was man Frau tragen soll und nicht und bin letztendlich zur Überzeugung gekommen, dass es Pflicht ist, für die Frau das Gesicht zu bedecken, weil es heutzutage auch schon sehr viele Studien gibt, die durchgeführt wurden, dass allein das Gesicht einer Frau schon einen Mann hormonell beeinflusst und allein das schon Auswirkungen auf seine Konzentration und sein Denkvermögen hat und ich einfach für mich zu der Entscheidung gekommen bin, dass es Pflicht ist für die Frau, das Gesicht zu bedenken, damit einfach so etwas nicht geschieht. Das, was ich trage, ist auch keine Burka, sondern eine Burka ist ein einteiliges Stück Stoff, was vor allem in Afghanistan getragen wird, wo dann noch ein Gitter aus Rosshaar vor den Augen ist. Und was ich trage, ist ein Nicap, was eigentlich nur ein Gesichtsschleier ist, der zusätzlich über das Kopftuch gebunden wird. Mit Nicap oder Burka kriegt man in Deutschland ja schon mal gar keine Arbeit. Wenn man einfach plötzlich schon mal anguckt, mit Kopftuch hat man schon schwer. Ich kenne Rechtsanwalt, also Jurastudentinnen, die ihr Studium nicht beenden konnten, als sie Kopftuch trugen. Es gibt genug Lehrerinnen mit Kopftuch, die nicht arbeiten dürfen, weil sie ein Kopftuch tragen. Ich meine, wie stellt man sich das vor? Eine Frau mit Nicap oder Burka hat ja überhaupt gar keine Chance. Nicht, weil sie nicht dürfte. Natürlich darf eine muslimische Frau arbeiten gehen. Unter gewissen Umständen. Sie darf halt keinen Alkohol verkaufen, darf auch nicht mit Männern zusammenarbeiten, aber es gibt da halt einige Einschränkungen vom Islam. Aber in Deutschland ist es schlichtweg unmöglich, selbst wenn man so eine Arbeit findet. Das wäre zum Beispiel Kindergärtnerin, Ärztin, Arzthelferin, Krankenschwester. Im Büro könnte man arbeiten, das sind alles solche Sachen. Aber da hat man doch überhaupt keine Chance, in Deutschland überhaupt eine Arbeit zu kriegen. So viel Ablehnung im Alltag trifft man eigentlich nicht. Es gibt Tage, es gibt Wochen, da passiert überhaupt gar nichts. Sagen wir mal 75% der Menschen, die reagieren überhaupt gar nicht drauf, ob man nur das eine anhat oder das andere. Das ist denen völlig egal, die behandeln einen ganz völlig normal. Und man sieht da nicht mal im Gesicht irgendwie eine Verwunderung oder irgendwas. Die behandeln einen eigentlich völlig normal. Vielleicht 20%, die gucken dann schon mal oder die sagen mal was. Das ist dann nicht so wirklich Hass oder Ablehnung. Es kommen gegen ältere Menschen, die tun sich zusammen, fangen an mit dem Finger auch einzuzeigen und diskutieren lauthals, dass man mich aus Deutschland rausschmeißen sollte, rufen dazu auf, mich umzubringen. Einige haben schon mal versucht, ihren Hund auf mich zu hetzen. Aber das sind wirklich ganz seltene Situationen. Das passiert nicht wirklich häufig. Integration, finde ich, ist für mich das Unwort des Jahrtausends. Das wurde nur gemacht, um einfach die Integrationsbelegen von den Integrationsunwilligen zu trennen und somit Gruppen zu machen, weil wenn die Menschen in kleine Gruppen geteilt sind, ist es einfach leichter, sie zu kontrollieren, als wenn die gesamte Masse sich gegen die Regierung oder sonst wen stellen würde. Weil das könnte doch leicht passieren, wenn man sich einfach mal die wirtschaftliche Situation heutzutage in Deutschland ansieht. Dann nimmt man sich doch einfach mal ein kleines Problemchen. Man schafft ein Problem, man schafft ein Integrationsproblem, tretet es in der Masse breit und schon sind die kleinen Menschen mit irgendwas beschäftigt. Integration ist doch nichts anderes. Man lebt in einem Land, na klar, man muss sich an die Gesetze halten, man muss die Sprache sprechen. Fertig. Mehr ist Integration nicht.